Herzlich Willkommen zu einem Ankündigungsvideo von Heyday Ich möchte mitteilen, dass heute ein Livestream kommen wird Nämlich um halb sechs Doppelt EP Schiff Event Wir wollen richtig viel Schiffe abschicken Ich bin jetzt hier auf dem Julebone Account Wegen Derby noch Aber natürlich heute Abend auf dem ersten und auf diesem Account Hier natürlich ein bisschen weniger Schiffe Weil ich hab hier nicht so viele Diamanten Aber trotzdem Schiffe abschicken Leveln, shoppen und farming Vielleicht noch einen kleinen Ausverkauf Ich hoffe ihr seid dabei, wir sehen uns gleich, ciao Wir sehen uns gleich, ciao